dann gibt es jetzt Benji Saze HypnoSaze kommt hierher das ist einfallsreich HypnoSaze schaut euch gegenseitig an und stellt euch gefälligst nebeneinander das gehörte noch zusammen HypnoSaze macht das HypnoSaze machts noch nicht was ich gleich sage erst wenn ich los sage HypnoSaze auf 3 dürft ihr schießen wenn ich go sage auf 3 schießen wenn ich go sage wie kann das passieren die Traitor haben gewonnen der Traitor ist immer der Simon hier ne damit der zuletzt schlirft natürlich auf 3 dürft ihr schießen wenn ich go sage das hat mich total verliebt kapuze wir hast verloren also hat mich der Fehler aber eigentlich gerettet nein nicht wirklich SingSong hat gewonnen warte ich häng mich Er ist ein toter Gewinner, das bringt ihm nix. Oh mein Gott, das ist ein Fake. Ist das ein Fake? Hey Peter, sag mal bitte. Hallo. Sag mal bitte. Hallo. Ja, wir treffen uns ja da oben, ne. Treffen uns auch. Peter, bist du noch fertig? Wie, du bist gleich fertig. Ja, dann bin ich auch dabei. Bist du noch gar nicht? Ja doch, eigentlich schon. Aber das funktioniert nicht. Eigentlich schon, aber eigentlich nicht. Ich bin der Detective. Ich stell mich schon wieder hier hin. Oh, eigentlich nicht. Jetzt gibt es aber zwei Traitor. Ja. Ja, einer halt weggehen. Deswegen der Akustik. Du gehst weg. 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 Warte, du bist gekillt, Mann. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, wie? Oh, hey. Es war's. Ich bin verliert. Oh, was? Oh, Seven Heads. Ich mach's nicht. Ja, weil wir beide Tracer waren. Achso. Achso. Ich hab gedacht, wir könnten uns Vertrauen kaputzen. Ja, dann muss ich halt einfach mal. Kaputze. 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 Ich bin da schön da hin. Der ist bei der freien Fläche. Der ist denn jetzt runtergefallen? Der ist denn jetzt runtergefallen? Der ist jetzt runtergefallen. Der ist jetzt runtergefallen. Der ist jetzt runtergefallen. Warum? Der war doch Preparing. Achja. Da kann man das schon mal riskieren. Komm mal, da bin ich wieder. Hallo. Oh nein, ich bin. Ich bin in mir. Los, komm. Stell dich mal hier auf. Ich glaube, ich bin hier und Shishi. So, dass wir so eine Abwechslung machen, okay? Ja, okay. Okay. Was? Wie bringt mein Handy die ganze Zeit? Pille? Liebes Paar Sass. Entschuldigung, Peter. Ich bin jetzt noch verwirrender, wenn zwei das dann sagen. Achso. Ja, wir machen mal Abwechslung. Willst du anfangen? Ich mach mal eine Testrunde mal mit hier. Genau. Kleine Edition. Chichiyang muss immer sagen, Chichiyang Sass. Und Chinyo muss immer sagen, Chinyo Sass. Ja, genau. Und Peter, kurz zur Hilfe, wenn er sagt, Chichiyang Sass ducken, dann musst du geduckt bleiben. Aber wenn sie sagt, Chichiyang Sass, dann darfst du gar nichts machen. Das ist falsch. Ach du Scheiße. Boah, das ist ja noch verwirrender, ey. Ja, ja. Oh, da müsstest du's mal kurz drehen. Ich glaub, da spring ich direkt. Okay. Okay, okay, okay. Fängst du an? Ja. Chichiyang Sass, dreht euch nach rechts. Ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Chichiyang Sass, spring runter. Okay. Ne, 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 ne. Habe ich aber Angst. Habe ich aber Angst. Oh, 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 oh. Ich seh ja nicht, wie weit weg ich bin. Ja, okay. Warte, musst du jetzt Chinyu-Sass oder Malle-Sass? Ach so. Es ist Malle-Sass. Ja, das ist egal, oder? Peter ist egal, Hauptsache du hältst deinen hübschen Arsch. Okay und jetzt dreht euch mal nach vorne. Warte, 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 warte. Was, what the fuck? Junious Sass, dreht euch mal nach vorne. Warte, warte. Ich versteh nicht. Was, nochmal was? Oh, hinkocken. Also ich habe Junious Sass. Ja, ich hab's. Okay. Junious Sass, dreht euch um. Und dann bräuchte ich beide Hände Lol Shinjo says, steht wieder auf Dreh dich um Nee Peter ist schrub Shinjo says, dreht euch nach rechts Shinjo, wenn du Wenn dir bitte was falsch macht, bring ihn mal nicht um Ich hab was besseres Okay, gut Dabei schneide ich noch ein Video Äh, nein, 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 Shinjo says Schießt einmal auf euren Vordermann Danke Ich kann nicht schießen Schon wieder Habt man grad schon, ey Ja, da kann er ja nix für Doch Oh, ich hab mich fallen Nee, hab ich nicht Ähm, ähm, Shinjo says Oh Gott, ich Light Saver raus Einmal zuschlagen Jetzt kommen die Dunglinge Bist du Peter jetzt eingekönt? Ja Oh, warum? Wie man da zugeschlagen hast, obwohl sie nicht Shinjo says gesagt hat Ach, stimmt Was passiert hier? Ja, okay, Peter steht hier Ja, es ist ein Tier Peter fliegt Was ist das? Wo bist du? Das ist Hypno Das ist von Gottes Kräften Oh, fuck Okay, krass Okay, dann lassen Sie jetzt aber eine richtige Runde wieder spielen Weil ich glaub, so auf Dauer ist, dass das auch langweilig Ah, ich fand das super Ich zeig mich auch Ich bin da voll gut Wir können's ja nachher nochmal machen Ja, auf der nächsten Map machen wir nochmal Ja Okay, normale Runde, ne? Normale Runde, okay Normale Runde Und willkommen im Stream Oh yeah Hallo Stream Hallo Stream Hallo Stream Nee, der ist noch nicht, irgendwie Okay Hallo Stream Ist das, ist das dieser Mainstream? Oder was ist das jetzt genau? Oh yeah Richtig sein Hahaha So Also die Lacher, die müssen raus Jetzt muss ich auf dem Shit aufpassen Und jetzt normale Runde Ja, normale Runde Ja, normale Runde Ted? Ja? Kannst du sein, dass du Traitor bist? Es sind noch zwei Sekunden, ich weiß es noch nicht Ja, Ted Scheiße, ich Wenn Traitor Nein, ich bin Innocent Ich bin Detective Detective Mr. Ted haben Sie direkt umstecken? Nein Nein Urinprobe gefällig? Nein Lüppel raus Nein Lüppel raus Nein Sonst gibt's den Kopfschossen Laserlümmel Der läuchtet im Dunkeln Der läuchtet im Dunkeln Wollt ihr? Eigentlich hat Ted jetzt nen Detective Befehl Riech? Das sehe ich immer an Riech Ja stimmt Ted Du hast Detective Befehl missachtet Wie ich hab nen Detective Befehl missachtet Der Lüppel raus Du hast dich gewacht Kann man lieber nicht Slash Penis ist Lüppel raus Ja Okay Jetzt haben wir so ner Wurst rum Geht Ich baller erstmal rum hier halt Ey ey Oh Gott Lol Was war das jetzt? Er hatte ne Flare Gun Deswegen hab ich ihn geduldet Lol Aua Bist du nicht gut? Warum guck dir diesen einen Schuss denn der so richtig knapp an dir vorbeigegangen ist Krass Kapuze Komm ran Ok komm runter Peter 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 fuck mich Achso jetzt schon? Wollt es mich killen? Der Max ist auch gemütlich 20 Was weiß er um? Wollt es mich killen? Killen? Ich brauche ne Waffe Ein deutsches Gewehr Usb Genau Ein Heckler und Koch Wir hätten die 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 Wurzwurfe Kitzel Eine Waffe mit Kibletorn Kille Kille Du bist jetzt Jan Hallo Peter Hallo Peter Peter ist da? Ich bin im Film Was der? Peter ist da? Habt ihr gehört dass Peter da? Ey Apropos im Film Seid ihr dieses Wochenende noch im Movie war? Innocent Oh ja Da ist Peter und Peter Wann waren wir letztens erst? Ich glaub da rasiere ich mich dann mal für So im Gesicht Malle Ja Hast du gerade gegeben Oh Was war das? Hast du gerade runtergefallen? Ist gerade jemand runtergefallen? Ne leider nicht Der Kapuze ist runtergefallen Äh war ein bisschen dumm Aber für dich ist der Hund frei oder? Ja Kannst du können Leider nicht Ich konnte dann das in der Tetris mit reinnehmen Ja Ja aber ich passe in den Rucksack Ich auch Ganz klein machen Warum rennen wir alle hinterher? Was ist hier los? Alle fern Fan 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 Oh, es raucht hier ganz schön. Aber wie? Achso, ich bin der Nuss denn. Wohin? Ich versteck mich mal, während ich... Ich weiß es nicht. Du hast ihn getötet. Nein, hab ich nicht. Der ist runtergef... Der hat mich was gefragt. Das stimmt nicht. Ich hab auf die Lampe geschossen. Ich hab den zumal. Guck mal, siehste, bleibt keiner. Ich hab ne Leiche gefunden. Ja, von wem? Ja, ich weiß es noch. Du hast Binoculasium. Nein, ich hab Hände. Binoculasium. Den Englisch. Ich brauch kein Englisch. Den ist es, den. Erst runtergefahren. Ey, du warst schon tot. Oh, wer war denn der Letzte, den Kapitzen so gesehen hat? Erst runter. Ja, ich, aber... Ja, und? Nein, ich, aber... Das stimmt. Gibts jetzt schon nen Traitor. Ich wurde angeschossen. Ich wurde angeschossen von Shinjo. Ich hab Shin... Ne, Dead Cheap. Das stimmt doch gar nicht. Ja, es ist Dead Cheap. Das stimmt überhaupt nicht. Die Shinjo ballert. Natürlich bist du es. Nein, die Shinjo ballert hier rum. Das ist Dead Cheap. Weißt du was geil ist? Weißt du was geil ist? Da fragt gerade jemand wer Dead Cheap ist mit der Stimme. Mit der was? Das ist der Marcel. Nein! Alter! Yeah! Weißt du das? So was merkt sich der Sprint einfach. Ähm, Debitor, wann machst du jetzt eigentlich den 24... Jetzt kann ich mir herauskommen. Der Stundensprim wird gefragt. Wer lebt denn noch? Ich glaub all die Leben sind Traitor, oder? Er wartet dann nicht. Debbie! Wann machst du denn 24 Stunden spielen? Oh ne, das ist jetzt nicht so toll. Ich hab nur noch 77. Wer lebt denn noch? Wo ist denn der Pidda? Ich. Ich glaub der. Die Shinjo, die schießt die ganze Zeit hier rum, ey. Ich schieß überhaupt nicht. Das ist unbewusst. Oh ne, jetzt knall ich jetzt ab. Oh nein! Ficka! Nein! Nein! Nein, die Shinjo! Fuck! Oh, die Kamerun da oben, ey! Was ist ne gute Vap? Was ist ne gute Vap? Was ist ne gute Vap? Labyrinth! Labyrinth! Ne, Labyrinth ist scheiße. Labyrinth ist scheiße. Dschungala! Kann nur sagen, dass der Labyrinth ist. Ich nehm Dschungala! Ich nehm Dschungala! Ich nehm auch Dschungala! Musstest du ihn jetzt nur abschießen, weil er dich beschuldigt hat, oder weil du mir zugehört hast? Ich hab dir zugehört! Ne, nur weil ich sie beschuldigt hab. Also, aus vollkommen niederen Motiven hat dieser Mord geschehen. Okay! Oh, jetzt hab ich ja gar nicht zu trinken. Aber, aber! Unglaublich! Aber, aber, aber! Die Malle ist ein Mädchen und hat ne eigenen Channel-Näger zu. Nein, die ist kein Mädchen. Jawohl! Achso, da wollte ich dir sowieso den Link mal wieder zugeben. Ist das 24 Stunden BreastsLive.de? War das das? Ja! Ah, okay! Das kostet aber was und da hab ich schon bezahlt. Das ist nur ein 10. Das ist gut. 10 Euro im Monat ist okay. Das ist ein Abo. Oh, sorry! Ich war mal ganz kurz beim woanders. Was? Beim woanders. Hört sich nicht ein. Ich hab mal ganz kurz mit dem Chat geredet. Nein! Warum willst du denn mit dem Chat? Gib bitte! 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 Ich bin echt drauf! Ich bin echt drauf! Es dauert noch. 10 Jahre übernächst. Ich bin echt drauf! Warum musst du das mal downloaden? Ich weiß halt auch nicht. Weil der random generiert ist. Der sieht halt bei jeder Runde anders aus. Ah! Also okay! Wie bei Diablo. Die ganzen Mads. Kennt ihr schon gar nicht? Nee! Wen kennen wir? Peter, ne? Ja? Weißt du wie in Österreich ne Couch heißt? Nee! Bank! Ne Bank! Echt? Echt? Bank hört sich mega unbequem an. Ja, find ich auch! Nein! Ich leg mich noch auf die Bank. Ich hätte jetzt Sofa gesagt. Ja, das kann man auch sagen. Wir sind Penner, ey! Aber man sagt uns Bank. Ja, aber ich kann sagen. Bei uns die Penner schlafen? Bin kurz auf K. Ja, das auch, aber... Also willst du sagen, dass ihr alles Penner seid? Nein, aber es gibt ja die Geldbank, dann gibt's die Bank, dann gibt's die Parkbank. Das ist alles Bank. Ah, okay. Die haben aber... Ich müsste aber dazu wissen, die haben in den Parks Couchen stehen. Genau! So, Wasser abweisende Gummikouchen. Genau, die haben wir. Krass, du bewegst dich kaum. Oh ja, wir haben keine Anlaufanimationen. What? Die sind auch zweitrangig. Die braucht man auch nicht. Ist das die Mehrzahl von Couch? Ich bin mir grad nicht sicher. Couches. Couches. Couches? Nein, ich glaub Couches. Couches ist, wenn man sich drauflegt, oder? Ich geh jetzt mal Couchen. Mehrzahl von Penis? Penises. Ach nein. Penises. Penen, genau. Penises. Der Multi-Penner. Und es gab auch mal eine Spanner, die ich bekommen habe. Max-Pen. Max-Pen. Loll. Fand ich lustig. Oh, ihr habt alle die schöne. Oh, die Map ist ja richtig nice. Aber so ist das eigentlich viel lustiger, wenn man nicht sieht, wer welche Waffe hat. Ja, und wir sind auch mal alle. Doch, das sieht man noch, aber nicht so gut und ich bin Detective. Ich bin sehr, ich fühle mich sehr steif, möchte ich sagen. Ich auch. Ich fühle mich wie Stock im Arsch immer. Gell? Du kennst nicht aus. Du kennst nicht aus. Das ist uhrgeil. Aber soweit es geht. Das ist das Beste. Ah, Täter. Wie das? Ja. Woher weißt du? Woher weißt du? Woher weißt du, dass er sich ausgibt? Oh, look. Wer schießt da? Äh, Debitor ist an Piranhas verreckt. Du hast doch nicht geschlagen. Kann das sein? Ja, ich wollte ihn nicht schlagen. Debitor ist schon wieder an Piranhas verreckt. Man sieht ja nicht mal, wer auf jeden schießt, oder? Doch. Oh Gott. Ja, sieht man an wirklich? Ne, man sieht's nicht. Ja, also so ein bisschen. Man sieht, wer schießt und wer Schaden kriegt. Warte mal, ich schieß mal. Sieht man das? Ja. Ich seh das nicht. hisIND Die 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 Geburgen